hallo liebe viele freunde über youtube und willkommen zu einem kleinen neuen update video es ist zwar nicht so ganz viel geworden aber ich habe mir gedacht du kannst ja trotzdem mal ein kleines update video machen davon was du jetzt noch so neu hast und ja da fangen wir dann mal an mit der drei mit der blu-ray 3d steelbook variante von beziehungsweise blu-ray steelbook variante von exodus kriege götter und könige ja ist eigentlich nur die zehn gebote sag ich jetzt mal neu erzählt finde ich jetzt aber gar nicht mehr so schlecht gemacht von ridley scott frei gehen auf zwölf eben halt hier auch mit so einem ja wie heißt das jetzt so so ja so ein 3d sticker eben halt auch nicht so 3d sticker aber so ein 3d bild eben halt vorne drauf was man auch was man ein bisschen magnetisch ist und man auch ablösen kann drin sind drei blu-rays einmal die blu-ray 3d mit dem film die blu-ray 2d mit dem film und ein bisschen extras und eine bonus blu-ray also auch mit noch mehr bonusmaterial war eben halt vorne auch mit aufkleber darauf präsentiert mit als 3d collector solution aber jeweils ja es gibt sie auch und es gibt glaube ich dieses fließt auch als amarei ich glaube im schuhbohr und dann mit dem wende cover aber so als team habe ich jetzt sechs euro weniger bezahlt wie es eigentlich kostet und so kann ich absolut nie meckern dann habe ich noch im steelbook aber im normalen 2d steelbook das ist jupiter is canning mal gucken dass man so ein bisschen mal hier kriegt dass man sieht so jupiter is canning freigegeben ab zwölf an sich den film finde ich ja gar nicht mal so schlecht muss ich jetzt ehrlich sagen finde ich jetzt wirklich gar nicht mal so schlecht aber wer wer so wichtig ja ich sag mal richtig matrix verwöhnt ist ja also an matrix kommt definitiv kein anderer film von den warkowskis mehr ran weil das ist einfach so ja die waren einfach so genial die film die film beziehungsweise der allererste matrix film dass er einfach nicht mehr zu toppen ist definitiv nicht mehr aber wie gesagt jupiter is canning also man kann ihn sich auf jeden fall angucken er ist auch gut gemacht aber es ist jetzt nicht so ein weltbewegender film wo ich sagen müsste jo also must have auf jeden fall aber naja dann habe ich auf dvd neu late phases oder late phases ich weiß nicht wie man es ausspricht aber ist egal freilich auf 16 habe ich nie das drüber gehört nie dann habe ich irgendwann bei of tv war groß im die haben die stadtseite beendet gehabt und da habe ich dann den trailer davon gesehen ich habe gedacht jo musst du doch mal angucken und der film ist ja wirklich also der kommt zwar erst spät auf touren beziehungsweise am anfangs immer schon richtig gut was aber dann so im laufe des films dauert das ein bisschen länger bis er auf touren kommt aber so gut gemacht wo ich wirklich denke so von wegen für so und ich sag jetzt mal low budget film super geil late phases auch der soundtrack den flow track finde ich mega geil so dann habe ich mir noch geholt legacy mit idris alba freigeben auf 16 finde ich also was hier schon raus steht mit schauspielerische leistung von ähm von ähm also muss ich wirklich sagen also schauspielerisch hat er wirklich super was ab geliefert hier und auch von der thematik her und sowas finde ich finde ich wirklich klasse den film ehrlich so dann habe ich noch auf dvd predestination mit ethan hawk freigeben auf 16 ähm den film finde ich auch richtig klasse also auch wirklich so ein zeitreise thriller richtig gut gemacht und ähm das recht ja auch also hier jetzt auf der wende kann man nicht aber wenn man das jetzt wieder umkrempeln würde mit dem fsk logo vorne dann steht auch immer drauf vorne ähm prädikat besonders wertvoll und äh finde ich wirklich also gut ab muss ich wirklich sagen klasse film dann habe ich mir noch auf dvd geholt in der ersten auflage im snapper case dave freigeben auf sechs finde ich eine super klasse komödie allein auch kevin klein super geil und ähm also wirklich klasse komödie und wie gesagt im snapper case man kann es jetzt äh die glaubt da habe ich jetzt 10 euro für bezahlt und bezahlen wir wesentlich mehr für für die erste auflage so und dann habe ich noch die beiden teile mal gucken ob ich das jetzt so hinkriege in drei tagen bist du tot eins und zwei ähm weil wir freigeben auf 16 finde ich richtig gut gemacht ähm sag ich jetzt mal horror thriller aus österreich richtig gut gemacht und ähm ja also brauche ich jetzt gar nicht von dem film her finde ich jetzt auch wirklich gar nicht mal so schlecht ähm eben als horror thriller made in österreich aber klasse und ähm ja also wirklich die habe ich jetzt beide zusammen 8 euro oder was habe ich jetzt gedacht komm da ist jetzt auch nicht so wild ähm auf jeden fall wirklich super film super horror thriller aus österreich so das war dann mein kleines update video ähm jetzt folgt demnächst mal ein neues overview video von meiner umgestellten bisschen umgestellten äh wand also die vd blu-ray ecke und ähm ja da würde ich jetzt mal sagen bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann